Sein Foto! Er hat angefangen, mir zu schreiben, nachdem er mich im Fernsehen gesehen hat. Er hat alle Artikel gelesen. Er wusste einfach alles von mir. Also... Also von dem, was mir passiert war. Habt ihr ihn mal getroffen? Nein. Er sieht sehr jung aus. Ja. Ist das ein Problem? Keine Ahnung, wie alt ist er denn? 90. Von Klimaanlagen bekomme ich immer Halsschmerzen. Los, Rina, machs Radio und ich will Musik hören. Musik Keine Polizei! Ja, ist gut! Verdammt nochmal! Wie heißt du eigentlich? Nadja. Okay, Nadja. Ich glaube, du bist meiner Klärung schuldig. Wir haben Probleme. Warte hoch! Musik 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 Musik